Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Blattgrün Edition. Wir haben in der letzten Folge Kadabra erhalten. Endlich. Juhu. Und was wollten wir noch machen? Wir wollten das Gegengift auf unser Schillock... Nein, nicht auf unser Kadabra. Das Gegengift wollten wir auf Schillock wirken. Genau. Da haben wir unser Schillock. Es wurde geheilt. Juhu. Juhu. Wir sind alle glücklich. Ähm... Kadabra... Jawohl. Kadabra. Tausch. Erster Platz. So. Wir werden jetzt unser Kadabra ein bisschen trainieren. Haero-Ass gefunden. Sehr schön. Für Flug-Pokémon. Äh... Komm. Komm her, mein Digger. Wollen wir mal hoffen, dass wir... Äh... Den Dicken jetzt so ohne Probleme mit unserem... Äh... Kadabra besiegen können. Er schickt mal Schollo in den Kampf. Soll mir egal sein. Äh... Geheimpower. Hm. Na toll. Das kann ja was geben. Verteidigung von Kadabras sinkt. Sehr schön. Geheimpower. Oh. Es paralysiert den Gegner immerhin. Silberblick. Das ist... Äh... Schön, wie die Verteidigung runtergezerkt wird. Aber egal. Und der nächste Silberblick. Wenn das so weitergeht, ist unser Kadabra gleich One-Hit. Noch ein Silberblick. Sehr schön. Macht nur weiter. Genau. Hinterher haben wir noch zwei Verteidigungspunkte und sind One-Hit. Und ein Geowurf, das... Irgendwie habe ich das Gefühl, dass unser Kadabra... Äh... Kadabra jetzt mächtig auf die Fresse bekommt. Ging aber noch. Gut. Macholo. Ah, Kadabra hat gut EP erhalten. Oh, nix. Komm, wir wechseln mal auf... Äh... Äh... Shilok. Shilok soll ja mit Onix so gar keine Probleme haben. Also das Onix müsste jetzt eigentlich in der Theorie ganz, ganz schnell fallen. Wanderer Jens. Äh... Äh... Tschüss Onix und danke für die Free-EP. Du bist ein gutes Onix. Gefällt mir soweit. Äh... Shilok erreicht Level 24. Und, 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 und. Lernt es was? Lernt es was? Nein, es lernt nix. Wir haben Wanderer Jens besiegt. War... War das schon alles? Jawohl, das war alles, weil deine Pokémon schlecht trainiert sind. Und, ich habe kein einsatzbereites Pokémon übrig. Hier, nimm mein Geld. Nehme ich gerne. Gib mir dein Geld. Los, gib's. So, was haben wir hier unten? Äh... Da ist so einer. Da ist ein Käfersammler. Äh, 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 was ist das für eine schmierige Steuerung? Achso, Analog-Stick, ja klar. Kennen wir schon. Ach, hier geht's wieder zurück, okay. Gut. Zurück wollen wir nicht. Wir kümmern uns jetzt hier vorne erstmal um den Dicken. Ähm... Setzen dafür aber unser Shilok ein. Mh... Gut. Wanderer Lansalot, alles klar. Hallo, Wanderer Lansalot. Äh... Aquawelle, oh. Haben wir jetzt direkt auf dem ersten Platz die Aquawelle. Ist sehr effektiv. Hätten wir eben schon mal gegen Onyx einsetzen können, aber... Der... Keine Ahnung, was war das andere... Aqua... Dings da. Hat ja auch gut geholfen. Aqua-Knarre, genau. War ja gut genug gegen dieses Onyx. Wird's auch gegen das hier sein, denke ich. Das Stein so anfällig auf Wasser ist. Wundert mich eigentlich ein bisschen. Gut. Shilok hält 486 EP. So, kann's weitergehen. Ha! Oh, ein fährer Kampf. So wollen wir das, mein Kleiner. Was haben wir hier? Feuerheiler. Feuerheiler ist super. Gut, hier unten geht's nicht weiter. Habe ich mir schon gedacht, dass hinten nur ein Item rumliegt. Ein Item. Und ein Käfersammler. Hier hätten wir jetzt eigentlich Kadabra wieder einsetzen können. Hätte ich mal ein bisschen früher reagieren müssen, aber okay. Käfersammler Ruheland in den Kampf geschickt. Pop, 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 pop. Hm. Aqua-Knarre. Oh, komm, ne, bis. Bis sollte... Ich habe eigentlich gedacht, dass es reicht. Natürlich reicht es mal wieder nicht, war ja klar. Äh, ist doch scheiße. Äh, Mega-Heap, Mega... Ach komm, das kann man doch mal ein Biss machen. Weil das Vieh hat ja nicht mehr viel. Gut, Schillok 226 EP. Was kommt als nächstes? Honlyu. Honlyu, jawohl, wir wechseln auf Kadabra. Da haben wir unser Kadabra. Kadabra, beweg dein Kadabra. Der war so schlecht, aber egal. Können die Witze ruhig schlecht sein, das ist mir egal. Äh, Käfersammler Ruheland. Äh, Geheimpower. Wir haben doch nichts anderes. Ach du Scheiße. Und die Geheimpower ist so scheiße. Gott sei Dank wurde mir nicht vergiftet. Honlyu Fadenschuss. Ja, natürlich. Initiative müsste sinken. Kennen wir ja alles schon. Jawohl, Initiative sinkt. Die Geheimpower sollte das Vieh jetzt so platt machen. Super. Das sind jetzt immerhin mal ein paar EP. 222 um genutzt zu sein. Blutzug. Blutzug. Blutzug war doch auch Psycho, oder? Äh, ja. Ich glaube, es war auch Psycho. Also gehen wir mal auf Polente. Äh, Polente. Das ist so ein... Naja. Komm. Red mal nicht weiter drüber. Ich werde es, sobald wir unten die Stadt erreichen, umbenennen. Schnabel. Weil Blutzug müsste ein Käfer sein. Es ist sehr effektiv. Jawohl. Superschall. Also die Verwirrung, äh, bei allen Ernstes, hätten sie sich sparen können. Ich wüsste jetzt auch gar nicht, wie sich, äh, Polenta selbst verletzen sollte. Bei der Schnabelattacke fällt es um und pickt sich selber an den Fuß, oder? Ich weiß es nicht. Es hat sich immerhin vor Verwirrung selbst verletzt. Aber wie geht das? Er hat den Schnabel in der Schnauze. Natürlich. Und jetzt wird man noch vergiftet. Ach, leck mich doch am Arsch. Das darf doch alles nicht wahr sein. Naja, gut. Wir haben Gegengift dabei. Äh, Schnabel setzen wir jetzt auch nochmal schön ein. Ich stelle mir das aber lustig vor, weil so ein Polenta ist ja nicht gerade groß, wenn wir dem Viech dann Fliegen beibringen. Gesichte. Hm. Gut. Wir sterben jetzt am Gift. Schade war's. Aber das macht soweit nichts. Dann können wir uns am Abra die EPs, äh, geben. Äh, Kadabra. Wir haben ja kein Abra mehr. Mach es fertig. Los, Kadabra. Ja, mach es fertig. Geheimpower trifft und das Viechesblatt. Hätten wir eigentlich eben schon machen können, weil, äh, ich bin zwar der Meinung, dass Blutzuck irgendwas in der Richtung Käfer-Psycho ist, aber wir haben ja gar keine Psycho-Attacken. Na gut. 240 Pokedollar. Und ein verletztes Polenta. Dort setzen wir jetzt hier wieder... Ach, Schillock ist noch auf dem ersten Platz. Super. Schillock können wir gegen den hier gut gebrauchen. Das ist mal wieder ein Wanderer. Also ein Dicker mit einem Schnäuzer zwischen... äh, über den Nasenflügeln. Gisebert. Ne, Gisbert. Wanderer Gisbert. Alles klar. Kleinstein. Kleinstein, 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 Kleinstein. Aquaknarre. Gut, das war's mit Kleinstein. Sehr effektiv. Jawohl. Kennen wir schon. Tschüss, Kleinstein. Was kommt als nächstes? Als nächstes kommt... ... wieder ein Kleinstein. Dann bleiben wir mit unserem Schillock hier im Kampf. Ich weiß jetzt gar nicht, wie wir Major Bobblatt gemacht haben. Ob wir jetzt die Möglichkeit haben, bis Level 40 hochzutrainieren... ... oder ob wir das erst beim nächsten Trainer bekommen. Ist mir gerade so ein kleines Rätsel. Naja gut, müssen wir durch. Äh... Level 25, jawohl. Versucht, Turbotreer... Was? Turbotreer zu lernen. Kenn ich nicht. Was ist Turbotreer? Ja, das gab's früher nicht. Mal gucken, was bringt ein Turbotreer. Also 40 Mal. Stärke 20. Trifft den Gegner durch Drehen mit... ... Maximaltempo. Genauigkeit 100. Stärke 20. Nee, komm, wir haben hier... ... weitaus bessere Attacken. Äh, Turbotreer nicht erlernen. Jawohl. Schillock hat Turbotreer nicht erlernt. Äh, Turbotreer, ja. Turbotreer hat's nicht erlernt. Das kann nicht trennen. Das macht aber soweit nix. Unser Gegner ist jetzt... ... Marscholo. Und Marscholo, äh... ... Aquawelle. Sollte für dich ausreichen. Nein, aber es ist verwirrt. Wenn es sich jetzt noch selber angreift, bin ich glücklich. Es hat sich vor Verwirrung selbst verletzt. Jawohl. Und es hat nicht ausgereicht. Unser Schillock hätte sich selber totgeschlagen, wenn es verwirrt gewesen wäre. Gut. Müssen wir durch. Schillock erhält... ... äh... ... 376 EP. Und Giesbärz... ... was ist passiert? Ja, es ist nix passiert, mein Kleiner. Alles ist gut. Ich hab gewonnen. So wollten wir's. Was haben wir hier für ne Kretel? Komm ran. Trau dich ruhig. Mit mir zu kämpfen. Ja, ich trau mich. Mit dir zu kämpfen. Bis es dunkel wird. Mautzi. Maut, genau. Das ist jetzt auch das erste Mautzi, das wir sehen. Da können wir gleich mal im Pokédex gucken, ob es hier in dem Spiel überhaupt Mautzis gibt. Es ist Zahltag. Jawohl. Es sind überall Münzen verstreut. Schillock setzt Megahieb ein. Und was macht das Mautzi? Ah... Müssen wir noch ein bisschen ersetzen. Wir kriegen noch einen Kratzer ab. Das macht aber soweit nix. Wir müssten gleich am nächsten Pokémon Center sein. Mautzi wurde besiegt. Schillock erhält 339 EP. Und Picknicker Isolde. Hat man die nicht auch schon mal gehabt? Wir treffen hier immer auf die gleichen. Gut. Ähm... Das hier müsste der Weg zum Kraftwerk sein. Wir kommen hier nicht runter ohne Surfer. Jawohl, wir brauchen erst den Surfer. Äh... Genau, wir wollten jetzt noch... Stopp. Hier wollten wir gucken. Äh... Numerisch. Äh... hat. Tandara, Abra, Phucanum. Mautzi, das ist doch. Mautzi. Mautzi, genau. Mautzi gibt es hier in dem Spiel. Super. Und wir können Mautzi dort, wo wir Sabitak gefangen haben, finden. Also gehe ich davon aus, dass es extrem selten ist. Und wir finden Mautzi dort, wo der, ähm, wo wir unser Abra abgegeben haben und wieder geholt haben und unser Kabardor. Genau da, wo unser Kabardor jetzt ist. Oben in diesen kleinen Wiesenecken. Da gab es das Mautzi damals schon. Ich glaube, Mautzi war dort das Einzige, was da umgerannt ist. Könnten wir uns irgendwann nochmal holen, wenn wir Kabardor abholen oder so. Aber das wird dann erst dann sein, wenn wir bereits fliegen können. Äh, gut. Willkommen, Pokémon-Sender. Wir heilen deine Pokémon. Ja, du bist so gütig. Und da sitzt wieder ein Assistent von Professor Eich, wie ich sehe. Mal gucken, was der von uns dabei hat. Der EP-Teiler dürfte es nicht sein, aber... Oh, leck da. Ich habe schon nach dir gesucht. Ich bin es, der allzeit präsente Assistent von Professor Eich. Falls du bereits 20 Pokémon in deinem Pocketdecks hast, soll ich dir von Professor Eich eine Belohnung geben. Er gab mir diesen Ewigstein. Ewigsteine will ich gar nicht haben. Nein, ich besitze keine 20. Ich weiß gar nicht, wie viele besitzen wir jetzt eigentlich? Pokémon-Elektar... Äh... 22 besitzen wir. Den Ewigstein möchte ich aber nicht haben, weil der verhindert auch nur, dass sich Pokémon weiterentwickeln. Gut. Wir verabschieden uns aus dieser Folge. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.